Leute, von einem Video zu dem anderen Video kann sich so einiges verändern, was den Bitcoin-Preis betrifft. Ich werde in diesem Video ganz genau und detailliert über den weiteren Preisverlauf vom Bitcoin sprechen. Jetzt gerade hat sich etwas in dem Bitcoin-Chart ergeben, worüber ich auch definitiv in diesem Video sprechen möchte und euch einen Einblick bzw. eine Einschätzung darüber geben möchte, was ich denn jetzt glaube, was die nächsten Schritte sind und worauf wir jetzt in den nächsten Stunden achten müssen. Hier auf Twitter, könnt ihr sehen, habe ich gepostet Bullflag auf dem Bitcoin-Einstunden-Chart und hier können wir erkennen, vor einigen Minuten sind wir hier aus dieser Bullflag nach oben hin ausgebrochen und das möchte ich auch einmal gerne hier in dem Chart nochmal zeigen und nochmal detaillierter besprechen. Hier an dieser Stelle können wir unsere Bullflag erkennen. Wir haben hier an dieser Stelle einen Berührungspunkt gehabt, hier an dieser Stelle ebenfalls an dieser Stelle und nun sind wir so, wie ich davon ausgegangen bin, hier aus dieser Bullflag nach oben hin ausgebrochen. Was mir gerade ein bisschen Sorgen macht, wir haben zwar hier ein erhöhtes Volumen, das heißt höheres Volumen als die vorangegangenen Volumenkerzen, allerdings reicht mir dieses Volumen aktuell noch nicht so wirklich aus, um sicher davon ausgehen zu können, dass wir nun wirklich aus dieser Bullflag ausgebrochen sind. Wenn wir uns einmal hier das Preisziel aus dieser Bullflag angucken, haben wir hier eine sehr interessante Information. Und zwar sagte ich ja, dass die 61.000 wirklich ein sehr starker Widerstand sind und dass wir über diese Preisschwelle sehr bald drüber ausbrechen müssen, damit wir dann mit einem neuen Oldtime High rechnen können. Und nun könnt ihr erkennen, wenn diese Bullflag sich komplett ausspielen sollte, würden wir hier bei einem Preis von in etwa 61.300 angekommen. Somit wären wir auch gleichzeitig über diesem so starken Widerstand bei 61.000 Dollar. Das wäre unser Best Case. Allerdings haben wir auch immer noch so einige Signale, die uns aufzeigen, dass es auch andersrum gehen kann und dass wir eventuell jetzt einfach nur ein paar Fakeouts haben und danach mit dem Preis erneut nach unten rutschen werden. Ich werde ganz genau und detailliert im weiteren Verlauf des Videos auch über diese Themen zu sprechen kommen. Wenn sich diese Bullflag allerdings komplett ausspielen sollte und wir über diese Preisschwelle hier kommen, denke ich, dass wir in einem sicheren Gebiet sind bzw. die stärksten Widerstände hinter uns gelassen haben und dann davon ausgehen können, dass der Preis noch weiter nach oben hingehen wird. Und ich hatte ja gestern in meinem Video über zwei verschiedene Szenarien gesprochen. Einmal haben wir hier unser Rising Wedge gehabt, wo die Wahrscheinlichkeit prinzipiell und technisch gesehen höher war, dass wir nach unten hin ausbrechen, allerdings haben wir hier die Anwesenheit der Bullen erneut spüren können. Nicht zum ersten Mal ist Bitcoin hier aus einem Pattern, welches Potenzial nach unten hin ausbrechen würde, nach oben hin ausgebrochen. Dass es jetzt erneut passiert ist hier an dieser Stelle, ist ein super starkes bzw. potenzielles Signal, welches Bitcoin uns aktuell gegeben hat. Ein anderes positives Signal haben wir hier ebenfalls an dieser Stelle, an dieser Stelle und ebenso hier an dieser Stelle. Ich hatte gestern über die Möglichkeit gesprochen, dass wir hier möglicherweise ein riesen Head & Shoulders Pattern bilden. Und nun können wir erkennen, da wir hier aus diesem Rising Wedge nach oben hin ausgebrochen sind, haben wir sozusagen die Möglichkeit eines Head & Shoulders zunichte gemacht. Das heißt, wir können hier an dieser Stelle kein Head & Shoulders Pattern mehr bilden und somit müssen wir uns auch nicht darum sorgen, dass eventuell durch ein Head & Shoulders Pattern der Preis noch weiter in den Keller rutschen wird. Was mir allerdings jetzt aktuell immer noch Sorgen bereitet, ist hier unser Fit Retracement Tool. Wir haben hier einige Male versucht, über diese Schwelle bzw. über das FIP Level 0.618, welches bei 58.000 liegt, drüber auszubrechen. Wir wurden hier einige Male rejected, zum Beispiel an dieser Stelle, an dieser Stelle, aber auch an dieser Stelle. Und jetzt sieht es wieder so aus, als wenn wir erneut von diesem FIP Level hier rejected werden würden. Es bleibt allerdings definitiv weiterhin gespannt, was denn jetzt in den nächsten Stunden passieren wird. Wir müssen unbedingt hier über dieses FIP Level von 0.618 drüber steigen und dann dort eine 4 Stunden Kerze, noch besser eine Tageskerze abschließen. Aber jetzt erst einmal genug mit negativen Signalen. Wir haben hier noch ein größeres positives Signal aktuell in unserem Bitcoin Chat. Und zwar, wir können hier erkennen, dass die grüne Linie hier über diese rote Linie aktuell gestiegen ist. Dass diese beiden Linien sich gekreuzt haben. Das Ganze ergibt hier einen Golden Cross, welches in der Tat ein bullisches Signal für den Bitcoin Preis ist. Die grüne Linie ist unser EMA50 und die rote Linie unser EMA200. Jedes Mal, wenn die grüne Linie, das heißt unser EMA50 nach oben steigt und diese beiden Linien sich berühren, ergibt das ein Golden Cross. Wir können hier einmal in die Vergangenheit gehen und schauen, was passiert ist, nachdem wir die letzten Male solche Golden Crosses erlebt haben. Zum Beispiel hier an dieser Stelle können wir ein Golden Cross erkennen. Und nachdem dieser Golden Cross entstanden ist, können wir erkennen, dass der Preis wirklich sehr stark nach oben gegangen ist. Das Schöne daran ist, dass es nicht nur hier an dieser Stelle passiert, sondern wenn wir noch weiter in die Vergangenheit gehen, haben wir wirklich sehr viele Beispiele dafür, dass der Preis immer wieder angestiegen ist. Wenn wir auch diesmal davon ausgehen, können wir wirklich mit einem heftigen Preisanstieg nach oben hin rechnen. Wir haben aktuell sowohl positive Signale als auch negative Signale in unserem Bitcoin Chart. Allerdings würde ich persönlich sagen, dass die positiven Signale ein bisschen mehr überwiegen als die negativen Signale. Das Wichtigste jetzt aktuell ist, dass wir hier erst einmal über dieses FIP Level 0.618 bei 58.000 drüber steigen können. Und das zweite Ziel wäre dann, dass wir hier über diese 61.000 Dollar kommen. Wie gesagt, wenn der Breakout hier aus dieser Bull Flag kein Fakeout sein sollte und wir diese Bull Flag komplett ausspielen, hätten wir auch die 61.000 Dollar erreicht und können dann stark davon ausgehen, dass wir jederzeit ein neues Old Time High erreichen könnten. Und Leute, eine sehr wichtige Erinnerung. Aktuell könnt ihr 1610 Dollar komplett kostenlos und komplett unverbindlich hier auf Bybit erhalten. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist unten in der Videobeschreibung diesen Link hier anzuklicken. Danach öffnet sich Bybit. Innerhalb von Sekunden habt ihr euch ein Account erstellt und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr bis zu 1610 Dollar komplett kostenlos und komplett unverbindlich und könnt diese 1610 Dollar für eure Trades einsetzen. Bei einem 10er Hebel wäre das Ganze schon mal 16.100 Dollar komplett kostenlos, komplett geschenkt. Dieses Angebot wird nicht mehr allzu lange andauern. Deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr sobald wie möglich diesen Link anklickt und eure 1610 Dollar in Anspruch nimmt. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls es der Fall sein sollte, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. Somit würdet ihr mir wirklich riesig helfen, würdet den Algorithmus ankurbeln und im Gegenzug erhaltet ihr diese wertvollen Informationen komplett kostenlos. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.